Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Aktuell ist ja eine Frage durchaus groß. Will Thorgan Azar Borussia Dortmund wirklich verlassen? Zuletzt tauchten ja genau solche Gerüchte auf und der Offensivmann hat das aber nun erstmal dimittiert. Bild und Sport 1 hatten jetzt Wechselgerüchte rund um Thorgan Azar angeheizt. Der Belgier kam vor drei Jahren auf 25 Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB, konnte jedoch nicht vollumfänglich überzeugen. Allerdings, der Militär Azar nun diese Geschichte laute Football News. Ich habe auch Dinge gelesen, falsche Dinge. Diese Berichte sind falsch. Der Belgier weilte aktuell bei der Nationalmannschaft Belgiens. In 99 Fliegspielen für die Borussia Mönchengladbach war er bislang an 38 Treffern beteiligt. Der 20-Jährige liebäugelt nicht mit einem Abgang aus dem Ruhrpott. Zumindest aktuell nicht. Ich wüsste nicht, warum ich gehen sollte. Ich bin mit meinem Spitzenverein, der in der Champions League spielt und wo ich regelmäßig zum Einherz komme. Da ist es normal, dass es Konkurrenz gibt. Er betonte, im Moment denke ich nicht daran, mir einen anderen Platz zu suchen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Azar weitergehen wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.